Ja, ihr Lieben, mal wieder ein kleiner Programmwechsel. Wirklich natürlich die ganze Scheiße, die jeden Tag passiert. Klar, die könnt ihr selbst letzten Endes nachschauen, nachrecherchieren, wie ihr da Zeit habt oder Lust habt dazu. Aber ich habe, wenn ich jetzt was mache, und da wird es sicherlich jeden Tag trotzdem noch ein Filmchen geben oder ein Witz, wenn ich gerade jetzt dann anwohn am Nutzerrat, da fehlt das Haar vielleicht, aber das macht jetzt auch nichts. Ja, einfach das Ganze nur noch mit Satire zu ertragen, wenn überhaupt. Insofern sind es natürlich weiterhin Informationen, aber in meinem charmanten Sinn schon Dialekt. Ihr wisst ja, wenn ich so reinkomme, war es ja höchst emotional oder sonst irgendwas. Und das mal vielleicht trotzdem mal hier und da noch mal ein bisschen schmunzeln kann. Ja, könnt ihr gucken bei Vata, Pitshoot, Odysee oder Rumble und Kinder. Dann freue ich mich auf euch gleich wieder. Tschüss.